So, wir sind ja das letzte Mal stehengegeben bei diesen heterogenen Overlays und da hatten wir einmal kennengelernt das Adapted Heterogeneous Cord, das eben diese Eigenschaft hat, dass wir ein Netzwerk haben, das aus zwei parallelen Overlays besteht. Wir nutzen das untere Overlay ganz regulär wie ein Cord, da haben wir die Zuständigkeiten für die Objekte und der Knoten, der für das populärste Objekt zuständig ist, setzt sich ein Limit, wie viel Bandbreite er bereit ist, zur Verfügung zu stellen und wenn eben zu viele Anfragen kommen, dann würde er aus diesem anderen Overlay einen Knoten finden, also zu dem er angibt, ich möchte jetzt vielleicht 500 Megabit pro Sekunde, das können andere Werte sein, ein Knoten, der dieses Objekt speichern soll, also sagen wir, der hier verwaltet 600, das wäre das Beispiel, 600 Megabit pro Sekunde bietet er an und indem er einen Lookup, er ist auch Teil mit den beiden parallelen Overlays und indem er in diesen zweiten Overlay einen Lookup stellt, findet er den Successor zu seinem Wert 500 Megabit pro Sekunde und kann dann diesen Knoten bitten, als Speicherort für die Datei zu gelten. Und dieser Knoten, der ist auch Mitglied hier im unteren Overlay, sagen wir mal, der ist hier, das ist derselbe Knoten und dann veranlasst er die Speicherung der Datei auf diesem Knoten und alle Anfragen, die jetzt an den zuständigen Knoten kommen, werden über ein Hopp mehr weitergeleitet an den Knoten, der diese Bandpreis zur Verfügung stellt, der der Mirror ist und so wird eben die Kapazität der Knoten aufgenutzt. Und in beiden Overlays findet ein ganz normaler Cord Overlay Aufbau statt, nur mit dem Unterschied, dass hier unten die IDs ganz regulär gewählt werden, zwischen 0 und 2 hoch 160, minus 1 und hier oben die ID korreliert ist mit der Kapazität der Knoten. Das heißt, dass die Knoten sich dann automatisch sortiert aufreihen und dass der Successor zu einer Kapazität, nach der man sucht, immer mindestens diese Kapazität bietet. Okay, und dann hatten wir dann kennengelernt, wir haben kurz angerissen, Omikron. Omikron führt vier verschiedene Rollen ein. Maintenance, Maintenance ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung zu anderen Knoten im Netzwerk. Index, der Indexer speichert die Zuordnung, für welche Objekte man zuständig ist und auch die Objekte selbst. Das Caching wird verwendet für Knoten, die vielleicht nur kurzfristig online sind und man deren Bandbreite auch nutzen möchte. Und das Routing wird als geografisch vielleicht nahe Knoten verwendet, die als Ansprechpartner dienen können. Da kommen wir noch gleich dazu, wie die Funktionalität sich auswirkt. Wir haben hier zwei Arten von Overlay-Schichten. Auf der einen Seite haben wir ein Overlay, ein Depuin-Graf mit der Eigenschaft, dass es eine feste Anzahl von Kanten pro Knoten gibt, zwei ausgehende und zwei eingehende. Und dann auch logarithmisch gefütet werden kann, bei dieser festen Anzahl von Kanten, also O-Von als Kanten. Der Nachteil hierbei ist ja, dass die Knotenanzahl statisch ist. Und damit das dynamisch ist, haben wir diese zweite Ebene, wo jeder Knoten in dem Depuin-Netzwerk eigentlich nur ein virtueller Knoten ist, der aus mehreren echten Knoten besteht. Und hier können wir verschiedene Fähigkeiten der Knoten berücksichtigen. Also wir können Knoten, also einmal haben wir die Ausfallssicherheit dadurch, dass wir sicherstellen können, dass mehr Knoten für die Speicherung eines Objekts zuständig sind. Also die Objekte werden ja diesem Depuin-Knoten zugewiesen. Und welcher Knoten hier unten das dann speichert, das können wir untereinander regeln. Da kann man mehr Kapazität hinzugeben, man kann auch weniger hinzugeben. Man kann diese Verbindung, die wir zwischen den einzelnen Clustern haben, auch nach Lokalität optimieren, dass zum Beispiel für die ausgehenden Kanten geografisch oder im Internet nahe Links aufgebaut werden. Also dass dieser Knoten in Deutschland ist und dieser auch in Deutschland und der hier in den USA und der hier in den USA. Also da kann man die Zuordnung für die Verbindung dieses ausgehenden Links optimieren. Wir können auch kurzzeitig aktive Knoten berücksichtigen. Und das zeige ich mal in diesem Beispiel. Also wir haben diese verschiedenen Rollen. Wir können die Kapazitäten berücksichtigen, einmal Speicherplatz, Langlebigkeit und Bandbreite. Und ein Knoten zum Beispiel, der als Maintainer fungiert, verwaltet die Information, zu welchen anderen Knoten er verbunden sein soll. Also welche Aufgaben dieser Cluster hat. Der Indexer, der sollte möglichst eine große Speicherplatz bereitstellen, muss aber nicht unbedingt eine riesen Bandbreite haben. Dafür gibt es die Cacher, die kurzzeitig online sind, aber vielleicht eine hohe Bandbreite bereitstellen. Das heißt, wenn ich jetzt eben nur weiß, ich bin für eine Stunde online, dann ist es nicht sinnvoll, dass die potenziell sehr vielen Objekte mir übertragen werden, sondern nur welche, die ich dann eben teilweise austeilen möchte. Also hier gibt es eine größere Menge von Cachern, die flüchtig sind und eine kleinere Anzahl von Indexern, die eben langlebig sind. Und die Router, die dienen als Einstiegspunkte für die Kommunikation. Das heißt, da kann man nach der Lokalität optimieren. Und wenn wir das mal so beispielweise durchgehen, dann gibt es hier zum Beispiel einen Lookup von diesem Cluster 1.1 zu dem Cluster 0.0. Und wir haben ja immer diesen Linksschiff, das heißt, von rechts kommt das Zeichen noch rein. Also hier wird das linke Zeichen 1 abgeschnitten und es kommt von rechts 0 rein. Und der Maintainer kann dann eben aussuchen, welchen Router er kontaktieren möchte, der eben aus diesem anderen Cluster, aus dem Cluster 1.0, der lokal, also im Internet näher an ihm handelt. Und die Router untereinander kennen die Optionen, zu welchen Routern sie verbinden, verbunden sein können. Also hier wird die Lokalität bei der Verbindung berücksichtigt. Bei dem Cacher, also sobald man bei dem zuständigen Knut angekommen ist, in diesem zuständigen Cluster, wird jetzt ja die Suchanfrage aufgelöst. Und der Cacher wird zunächst benachrichtigt, wenn man prüft, ob er eine Kopie hat. Und wenn keiner der Cacher eine Kopie hat, dann wird erst der Indexer verwendet, der dann die Datei zurückgibt. Also man kann die verschiedenen Eigenschaften der Knoten ideal ausnutzen. Die langlebigen Knoten sind meistens Maintainer. Die Indexer, die haben eine große Speichergröße, sollten aber auch langfristig da sein. Die Cacher, die brauchen eine hohe Bandbreite, aber nicht unbedingt eine lange Lebensdauer. Und die Router, das sind die, die die Lokalität ausnutzen. Viele der Eigenschaften, also Bandbreite kann ich schnell ermitteln. Speicherplatz kann ich schnell ermitteln. Die Frage ist, wie wähle ich die Knoten aus bezüglich der Lebenszeit. Und da gibt es so Beobachtungen, also erstmal zu der Beobachtung, wie das performt. Und das ist schneller als Cord, weil wir eben durch die Cluster, also in dem Deporium-Netzwerk haben wir einfach weniger Knoten. Also wenn wir 1000 Knoten haben und jeweils 10 Knoten schließen sich zu einem Cluster zusammen, dann haben wir nun nur ein Routing in einem Netzwerk mit 100 Knoten. Das unterstützt auch die Dynamik, also es ist auch nicht stark beeinflusst von Churn, weil eben die Cluster etwas größer werden oder kleiner werden und die Last pro Cluster pro neu aufzunehmenden Knoten nicht so groß ist. Das funktioniert sehr gut. Und wenn es darum geht, die Lebenszeit abzuschätzen, da gibt es auch verschiedene Messungen, also das müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen, aber es gibt einfach verschiedene Beobachtungen im Internet, wie sich Knoten in Peer-to-Peer-Netzen verhalten. Und da gibt es die folgende Beobachtung, also dass, wenn wir die Lebenszeit betrachten, die Wahrscheinlichkeit dazu, wie wahrscheinlich ist es, dass der Knoten so lange noch online bleibt. Das ist die Darstellung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der aktuell betrachtete Knoten noch 1300 Sekunden online bleibt, ist nahezu eins. Und wenn es um 10.000 Sekunden geht, dann sind wir schon bei 30-40%, also da sind 60% schon offline gegangen. Wenn wir 100.000 Knoten betrachten, dann sehen wir einfach, dass es beidseitig logarithmisch abfällt. Gut, das heißt, wie können wir das ausnutzen? Wir können das ausnutzen, indem die Annahme ist, dass Knoten, die schon lange gelebt haben, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie noch länger leben. Also wenn einer schon die 10.000 Sekunden überlebt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht nochmal 100.000 Sekunden überlebt hat, hier diese Differenz, und das sind irgendwie 10%, also 10% oder so. Also sehr verschwinden im Vergleich zu den ersten 10.000 Sekunden, die überlebt haben sollen. Das heißt, man hat hier den Begriff Burn-In-Methode, weil das auch in ähnlichen Ansätzen, zum Beispiel mit Glühbirnen, auch so praktiziert wird. Das war das Vergleichsbeispiel, daher das Einbrennen, weil Glühbirnen macht man es eben so, dass man die erstmal eine Weile, also damals hat es noch Glühbirnen gab, dass man die erstmal eine Zeit lang brennen ließ, und wenn sie dann in den ersten paar Stunden nicht kaputt gingen, da war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie eben die restliche Zeit auch noch überleben würden. Das heißt, anfangs gibt es einen hohen Ausschuss, aber die, die es überlebt haben, die bleiben mit hoher Wahrscheinlichkeit noch länger am Leben. Und das ist hier dann eben so. Das heißt, wenn man die Ausfallrate eben so darstellt, dann ist es eben am Anfang hoch, und sobald eine Zeit vergangen ist, betrachtet man nur noch die Überlebenden, und die sind dann geeignet zur Auswahl für besondere Rollen in unserem P2P-Netzwerk. Das heißt, die Knoten beobachten sich lange, und die Knoten, die schon lange drin waren, die erfüllen dann die Aufgabe eines langlebenden Knotens auch. Also, das war ja auch so bei Casa und bei Skype, dass man zu Papier erst dann wurde, wenn man lange online war. Also, da reichte es nicht aus, dass man eine hohe Bandbreite und hohe Kapazität mitbrachte, sondern man musste diese auch für eine lange Zeit anbieten, damit eben nicht diese aufwendige Rolle mit dem damit verbundenen Rollentausch und Rollen- und Datenübermittlung durchgeführt wird und der Knoten dann auch offline geht. Also, man müsste das eben vermeiden. Okay. Soviel zu Omikron. Also, hier müssen wir mitnehmen, dass es diese verschiedenen Rollen gibt und diese Zweiteilung des Oberlinien-Netzwerks und dass man so die Heterogenität der Knoten ausnutzen kann. Okay. Springen wir mal zu... Ja? In diesem Fall wäre es ja so, dass dieser Knoten im Dipluien-Netzwerk erst dann ausfällt, wenn sein ganzes Cluster leer wird. Aber man muss ja... Und das ist ja probabilistisch. Also, man kann sich ja betrachten, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Knoten zur gleichen Zeit oder in einem gewissen Zeitrahmen ausfallen, weil die Knoten, die noch im Netzwerk, in diesem Cluster verbleiben, haben ja auch die Gelegenheit, wenn das Cluster zu klein wird, die Nachbarkluster zu kontaktieren und vielleicht Knoten zu übernehmen. Also, das ließe sich ja machen. Das ließe sich nur dann nicht machen, wenn die Zeit eben nicht mehr ausreicht, um diesen Ausgleichsprozess anzustoßen. Das heißt, hier besteht die Komplexität darin, es... genau. Also, hierzu gibt es noch... weiterführende, tiefere Protokolle, die einmal beinhalten, wie tauschen sich die Cluster untereinander aus, wenn eben ein Cluster zu klein wird und zweitens, wenn ein Cluster zu... wenn das Debrünen-Netzwerk statisch ist und die Cluster zu groß werden, wäre es ja sinnvoll, dass es sich verdoppelt, zum Beispiel. Also, wenn wir die doppelte Anzahl der Knoten erreicht haben, so dass es ausreichen würde, wäre ein neues Debrünen-Netzwerk, also das Debrünen-Netzwerk zu verdoppeln, dann wird auch in der zugehörigen Paper und Dissertation beschrieben, wie sich das Netzwerk dann verdoppelt. Aber ich verstehe die Knoten, wir haben gesagt, dass ein größerer Knoten das Designhaus sind alle. Genau. Warum? Genau, weil dieser Knoten hier, Moment, der Knoten 100 als 0, besteht ja aus diesen allen Knoten und die alle Knoten hier drinnen, Moment, die sind alle miteinander verbunden, also die wissen übereinander, die müssen nicht unbedingt miteinander alle kommunizieren und fürs Routing nutzen, aber die haben ein Wissen darüber, welche anderen Knoten es in diesem Cluster gibt. Daher erfahren Sie auch, wenn nach und nach die Knoten ausfallen, welche Rollen zu übernehmen sind und das Ganze fällt eben dann aus, wenn wir den letzten Knoten in diesem Cluster verlieren, also im Worst Case würde er alle vier Rollen gleichzeitig wahrnehmen, dann wird es noch funktionieren, zwar mit Überlast, aber das wird funktionieren, aber wenn der dann weg wäre, dann ist eben der virtuelle Knoten weg. Und daher gibt es die Verfahren, dass man aus anderen Clustern noch Knoten übernehmen kann und dass man das in Ausgleich schaffen kann. Okay. So, dann betrachten wir mal die spannenden Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir ein Overlay verbessern wollen. Also wir haben ja gesehen, dass die Overlays sich zum Teil ziemlich unterscheiden, also Cord und diese baumbasierten oder präfixbasierten wie Pastry und Kademnia, die unterscheiden sich, zum einen Can unterscheidet sich, die Routing-Protokolle in Zug-Hotello unterscheiden sich, aber Pastry und Kademnia unterscheiden sich zum Beispiel nicht so stark. Die haben ähnlich, also ob man es jetzt, die XOR-Metrik oder die Präfix-Betrachtung hat, das ist alles sehr ähnlich. Und da gibt es nur manche kleine Elemente, die ausgetauscht werden. Also wir haben ja gesehen, dass Pastry dieses rekursive Routing so hat, das heißt, jeder Knoten, der eine Suchanfrage weiterleiten muss, macht es dann. Und in Kademnia werden mehr die besseren Kontakte zurückgemeldet und dann sind das so kleine Feinheiten und dieses Kapitel betrachtet, welche solcher kleinen Unterschiede es gibt, die man für den Bau von Overlays verwenden kann, welche Vorteile sie haben, welche Vorteile und Nachbeteile. Also was können wir machen? Der erste Punkt ist Caching, also Caching und Replikation werden können. Caching ist ja, was ist die Motivation? Die Motivation ist, wir haben Dokumente in dem Netzwerk, die sind nicht gleich verteilt, es gibt populäre Objekte und es gibt weniger populäre Objekte. Und wenn wir nur die populären Objekte betrachten, dann erzeugen sie viel Last und auf diesen betroffenen Knoten und wir möchten gerne diese Last verteilen, aber nur für die populären. So könnte man eben einführen, Verfahren, wie andere Knoten diese Last übernehmen, zum Beispiel durch Caching. Und Caching, was man machen könnte, was heißt denn Caching? Caching bedeutet, dass Knoten, die eigentlich nicht für das Objekt zuständig sind, die aber zufällig das Bekommen oder Informationen darüber halten, auch Anfragen dazu beantworten. Das könnte zum Beispiel so aussehen, indem man das Routing-Protokoll modifiziert. Sagen wir mal, wir haben ein Objekt, das hier bei D liegt und nun sollen die Knoten auch die nicht zuständig sind für dieses Objekt genutzt werden, um Suchanfragen dazu zu bedienen. Und eine initiale Suchanfrage würde dann vielleicht so aussehen, dass der grüne Knoten über die beiden blauen Knoten seine Suchanfrage stellt und die Antwort geht dann zurück an den grünen Knoten. Das ist noch keine Verbesserung. Also so wird es stattfinden und so haben wir keinen Gewinn. Was man aber machen könnte, ist, dass die erste Suchanfrage den ersten Finger erreicht, diese aber nicht diese Suchanfrage weiterleitet, sondern sie selbst stellt. Das heißt, hier würde ein zweites Lookup ausgelöst werden und die Antwort dazu diesem Finger zugestellt werden. Das heißt, die Suchanfrage vom Knoten C, also von diesem grünen Knoten wurde noch nicht gelöst, sondern der Finger hat sie selbst bestellt, hat die Antwort erhalten und gibt die Antwort auch zurück. Was hat sich geändert? Es hat sich geändert, dass der Fingerknoten jetzt auch das Objekt hat oder die Information dazu. Und jetzt können weitere Suchanfragen, die zufällig bei diesem Knoten vorbeikommen, aber auch dieses Objekt adressieren, von diesem Finger beantwortet werden. Und das kann man auch popularitätsbasiert machen. Also die Knoten können ja sagen, dass sie nicht bei dem ersten Lookup für ein Objekt diese Strategie fahren. Das heißt, dass der Finger nicht bei jedem Objekt, zu dem er eine Suchanfrage bekommt, eine eigene Anfrage stellt, sondern nur bei welchen, die er x-mal schon gesehen hat. Was sehen Sie da für Vor- und Nachteile? Also wenn man das jetzt im Chord einsetzen würde. Lässt sich das dann leicht einsetzen? Oder was sind Ihre Gedanken? Genau, also man würde Hops sparen, man würde die Last für die zuständigen Knoten sparen, also verletzieren, ja? Also nach der Nachteile zusätzlich der Speicher, die braucht und die Bresche nicht mehr kommen. Das ist der irgendwo Speicher. Ja, das stimmt. Also der Knoten, die Knoten hätten individuell mehr Last. Was würde, dann nehmen wir an, wir haben ein bestehendes Netzwerk mit 1000 Peers. Könnten wir das, und jetzt möchten wir das Verfahren einführen? Geht das? Ja, was wollten Sie sagen? Genau, das ist also Updates zu deinem Problem. Ja, genau. Also bei Caches, da sollte es immer eine Lebensdauer geben, wie lange der Cache aktiv ist. Also für dieses eine Objekt ist es bestimmt. Nehmen wir mal, der Cache würde dann wegfallen, dann wäre es eigentlich okay. Dann würde er die Suchanfrage ganz normal wieder beantworten. Also in diesem zweiten Beispiel würde er die Suchanfrage bekommen, prüft, hat er einen Eintrag dazu und wenn nicht, dann schickt er sie regulär weiter. Genau, was Sie auch noch gesagt haben mit den Updates, das ist immer bei Caching das Problem, weil der zuständige Knoten erfährt nicht, welche anderen Knoten die Datei jetzt, nicht verwalten, aber anfragen, dazu beantworten. Das heißt, wenn zufällig mal ein anderer Knoten über einen anderen Weg diesen zuständigen Knoten kontaktiert, das Objekt updatet, dann ist der Cache-Eintrag bei diesem Knoten hier veraltet und er würde falsche Informationen zurückliefern. Ein Vorteil, der aber noch gegeben ist, ist, dass wir, genau, es funktioniert und selbst kleine, selbst wenn man nur wenige Nachrichten, wenige Daten repliziert, zum Beispiel durch die, genau, Caches und die populärsten, dann hat es schon eine große Auswirkung. Was auch noch ein Vorteil ist, die Kosten sind nicht so hoch in Terms of, also in Hinsicht auf die Nachrichten. Man braucht nur, wenn man hier das betrachtet, eine zweite Antwort, die zwischengekommen ist, aber die Anzahl der Suchnachrichten, die hier weitergeleitet wurden, sind im selben Fall gleich und was auch gut funktioniert, ist dieses Incremental Deployment. Das bedeutet, dass man ein bestehendes Netzwerk verwenden kann, wie Cord, mit 10.000 Knoten und nur die neuen Knoten wenden das System an. Also nehmen wir mal an, wir haben eben die 1.000 Knoten, die ändern sich nicht, die bieten kein Caching an, aber jetzt kommen 100 neue hinzu, die können das für sich ausmachen, ohne dass die anderen Knoten davon was mitbekommen und das würde dann doch zu einer Verbesserung führen. Genau, Caching ist noch Replication, wir haben ein Problem mit dem Updating, weil die Daten eben veraltet sind. Wir wissen nicht, wo die gespeichert sind, wir können diese Knoten nicht erreichen, das heißt, das funktioniert dafür nicht gut, aber für Daten, die nicht verändert werden können, funktioniert das gut. Kommen wir zum Thema, genau, das haben wir ja schon durchgesprochen, genau, Konsistenz, mehr Speicherplatz, weniger Deleg, kürzere Strecken, das funktioniert einfach. Und das funktioniert doch ganz gut, also wenn es um die Anzahl der eingesparten Nachrichten geht, das bewirkt, ganz gute Effekte. Kommen wir zum Thema Replikation. Replikation hat das Ziel, die Daten im Netzwerk zu behalten und immer auch die Updatebarkeit zu ermöglichen. Das heißt, was ist das Problem, wenn ein Knoten nur das Objekt verwaltet und der geht offline, sind die Daten weg, wir wollen aber die Verfügbarkeit der Daten halten und das lässt sich über verschiedene Ansätze realisieren. Es lässt sich realisieren, indem man zum Beispiel verschiedene Speicherorte verwendet. Das heißt, man legt ein Objekt unter verschiedenen IDs ab, die man berechnen kann und unter diesen verschiedenen Speicherorten kann man die Datei abrufen. Die verschiedenen Speicherorte sehen dann vielleicht so aus, dass man entweder verschiedene Hash-Funktionen verwendet, mit denen man das Objekt hasht, um eine eindeutige ID zu bekommen, also in diesem Fall drei IDs zu bekommen oder man verwendet dieselbe Hash-Funktion, die man aber mehrfach auf sich anwendet, also die erste ID ergibt sich aus dem Hashen des Objekts, die zweite aus dem Hashen der ersten ID, die dritte aus dem Hashen der zweiten ID. So kann man dann eben beliebig viele neue IDs generieren, unter denen man das Objekt absuchen kann. Haben Sie eine Idee, warum das vielleicht oder was ist gut dran, was ist schlecht dran? Kommen wir auf der nächsten Folie zu. Okay, was man auch machen kann, ist, dass man nicht an verschiedenen Stellen speichert, sondern nur an einer Stelle beziehungsweise drumherum. Genau. Und, was in diesen beiden Fällen noch berücksichtigt werden soll, oder allgemein bei der Replikation, dass wir die Anzahl der Replikate auch immer im Blick haben müssen. Das heißt, es reicht nicht nur aus, dass wir sagen, immer fünf, sondern idealerweise haben wir da einen festen Mechanismus, der immer prüft, dass immer diese exakt fünf Kopien im Netzwerk sind. Okay, beginnen wir mit dem ersten, also mit der Verwendung der verschiedenen IDs. Wenn wir jetzt also diese verschiedenen IDs durch die verschiedene Hashes verwenden, liegen sie ja, wenn wir den Ring aufmalen, irgendwo, das ist ja zufällig verteilt. Das heißt, wir starten ein Lookup, kommen bei der ersten ID an und stellen fest, der Knoten ist offline gegangen, er ist nicht mehr da. Dann starten wir ein neues Lookup, vielleicht ist das die zweite ID, stellen fest, der ist wieder nicht da. Und erst beim dritten, der ist vielleicht hier, also eins, zwei, drei, finden wir das Objekt. Das heißt, was haben wir gemacht? Das Problem war, wir haben nicht, also jede Prüfung einer ID hat ein neues Lookup erfordert und es ist teuer, also da haben wir nicht einen Hopcount von drei oder so, oder sechs im Fall von tausend Knoten, sondern drei Lookups mit diesem Wert und dann jeweils ein Timeout, dass man der Lookup beantwortet werden soll, also wir müssen dann recht lange warten. Auch ist es schwierig, weil es schwierig ist festzulegen, wie viele Replikate brauchen wir denn? Wenn wir das festlegen, dann ist es manchmal zu viel, manchmal zu wenig. Besser ist es, wenn man es dynamisch hält, dass man irgendwie die Anzahl dieser Kopien dynamisch verwaltet, dann stellt sich aber wieder die Frage, woher wissen wir, wie viele IDs es geben soll, wer verwaltet das? Weil das Problem bei diesem Ansatz ist, dass sowohl der initial Speichernde die Anzahl der Replikate festlegen muss, also er muss festlegen, dass es an fünf Stellen gespeichert werden soll, weil er eben aktiv an fünf IDs berechnet und an diesen fünf IDs das Objekt abspeichert. Und auch der Suchende muss alle potenziellen IDs eben absuchen. Und er weiß dann nicht, sind es sechs gewesen, soll ich weitersuchen oder nicht. Daher, um diese zwei Probleme anzugehen, Problem 1, dass jede Replika ein neues Lookup erfordert und Nachteil 2, dass man die Anzahl nicht gut kontrollieren kann, gibt es den Vorschlag bzw. die Lösung, dass man es um eine ID herumlegt. Und da gibt es die, ein Beispiel, wie das aussehen kann, ist die Lösung Past. Das ist auch von den Autoren von Pastry aufgestellt worden, gibt es gegen den Zusammenhang. Zu Pastry gab es eine ganze Fülle von Mechanismen, die von den Autoren vorgeschlagen wurden. Also Pastry kennen wir, die Implementierung davon heißt Free Pastry, da gibt es die Replikation Past. Es gibt noch sowas wie Publish, Subscribe und etwas für Streaming. Und Past ist aber auch sehr populär. Und was das verwendet, das nutzt eigentlich zwei Arten. Zwei Mechanismen von Pastry, die Pastry bietet. Pastry bietet die Möglichkeit, nicht nur den zuständigen Knoten zu einer ID zu finden, sondern, das ist eine Methode, die heißt Replika Set, die Knoten zu finden, um die ID K herum, die zuständig wären für das Objekt, wenn rank viele Knoten ausfallen. Das heißt, wenn wir diese Zuständigkeit betrachten, also das ist der ID-Strahl und dieser Knoten ist, sagen wir mal, malen wir ein paar Knoten ein, so. Okay. Und das Objekt, das wir betrachten, das ist hier. Dann gibt uns diese Methode Auskunft darüber, welche Knoten werden zuständig sein, wenn rank viele Knoten ausfallen. Das ist dann, und dann geht er Schritt für Schritt durch. Das heißt, wenn kein Knoten ausfällt, ist das eben der 0. Knoten. Wenn der ausgefallen ist, wäre der hier zuständig, danach wäre der hier zuständig, danach wäre der da zuständig. Wenn der rank gleich 4 ist, dann gibt er uns eben die Knoten an, die zuständig wären, wenn 4 Knoten ausfallen. Und so erhalten wir eben eine Menge von in Zukunft potenziell zuständigen Knoten, wenn eben die Knoten darum, um diese Idee herum ausfallen. Und es gibt zusätzlich noch die Methode, die den Leaf-Set nutzt. Das heißt, man möchte, das Update bedeutet Update in der Nachbarschaft. Das heißt, man wird immer informiert, wenn ein Nachbar ausgefallen ist oder es einen neuen gibt. Also man wird immer stets aktuell gehalten über die Anzahl, über die die Richtigkeit des Leaf-Sets. Okay, wie wird das dann genutzt? Das wird dann genutzt, um ein Objekt nicht nur an dem einen zuständigen Knoten zu speichern, sondern an K-Fielen in seiner Nachbarschaft, die zuständig würden, wenn K-Fiele Knoten ausfallen würden. Und damit man diese Anzahl und diese Richtigkeit der Knoten immer aktuell kennt, gibt es hier diese Update-Methode, die einen darüber informiert, dass sich da was getan hat und dass ein Remplica-Objekt verschoben werden soll. Können wir nochmal beispielsweise durchgehen. Also wenn ich jetzt ein Objekt speichern möchte, dann wird in über Pest so ein Store-Operation aufrufen mit der ID des Objekts und den Daten. Dazu wird dann ein Lookup ausgeführt. Mh, brauchen wir vielleicht gar nicht. Ich glaube dann, da wird eher das Replica-Set abgerufen und das Replica-Set gibt uns eine Menge von Replica-Set und wir geben an, K sei gleich 5 vielleicht und ID, um die es geht. Und dann wird zu eben dieser einen ID, unter der das Objekt gespeichert werden soll, die Knoten identifiziert, die zuständig sein werden werden. Wenn 5 Knoten ausfallen. Das heißt, wir haben sowohl den zuständigen Knoten erfasst, als auch die 5 Replica-Knoten und auf diesen Knoten lässt sich dann das Objekt auf allen Knoten kopieren. Und die Knoten haben jeweils auch eine Pest-Implementierung und jeder Knoten verwaltet für sich, nehmen wir mal diesen Knoten heraus, er verwaltet für sich, für welche Objekte dieser zuständig ist und er kennt dazu auch das Replica-Set zu den ganzen. Das heißt, er hat selbst eine Übersicht, für welche Replica-Knoten er zuständig ist. Und wenn er über die Update-Methode erfährt, es kamen neue Knoten hinzu, zum Beispiel hier, dann fallen vielleicht einige Dokumente weg, für die er nicht mehr zuständig ist und er veranlasst, dass eben diese Dokumente den anderen übertragen werden. Er hat das Objekt dann nicht mehr, sondern der neue Knoten hinzu kam, ist jetzt verantwortlich. Und wenn irgendwie ein anderer Knoten ausfällt, in diesem Replica-Set wird er informiert, bis der hier vielleicht ausgefallen ist, dann wäre er doch wieder im Replica-Set, dann wird er doch sich das Objekt wiederholen. Und das ist halt das Schöne bei PayPestry, dass wir eben über unser Leaf-Set die Nachbarschaft genau kennen, die direkt benachbarten Knoten, daraus das Replica-Set abgleichswert kann. Über das Update wird man stets informiert, dass neue Knoten hinzugehen oder welche weg sind. Und so kann man eine erneute Übermittlung der Daten gewährleisten. Und dadurch auch gewährleisten, dass immer die exakte Anzahl von Replicas von 5, in diesem Beispiel, gehalten wird. Das heißt, was ist hier der Vorteil? Der Vorteil ist, wir haben nur ein Lookup in diese Richtung. Das heißt, wenn der zuständige Knoten nicht da ist, dann gibt es halt einen neuen zuständigen Knoten, der aber das Objekt hat. Weil das Replica-Set genau diese Funktion auflöst, dass es uns den zukünftigen, also den Knoten gibt, der auch dafür zuständig wird, falls x Knoten ausfallen. Das heißt, ein Lookup reicht aus. Man kann die Replikationsrate recht flexibel gestalten. Das heißt, man kann pro Objekt oder pro Pier unterschiedliche Replica-Zahlen angeben. Und das Overlay über diese Update-Methode informiert die Replikation darüber, ob jetzt etwas getan werden soll, ob neue Replikate erzeugt oder gelöscht werden müssen. Das ist also ganz bequem. Das funktioniert auch ganz gut. Der Nachteil ist, die Qualität der Knoten wird nicht berücksichtigt. Also auch schwache Knoten müssen als Replikathalter fungieren. Und dadurch, dass alle Replikates in einer Gegend sind, können die auch leichter aus dem Netzwerk gelöscht werden durch Angreifer. Ein Angreifer könnte nämlich ganz schön, wenn er weiß, hier ist ein Objekt, das er aus dem Netzwerk entfernen möchte, sagen wir mal, das sind die zuständigen Knoten, hier drumherum, die fünf Replikahalter und der zuständigen Knoten. Was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt das Objekt aus dem Netzwerk löschen wollten? Wir sehen jetzt einen Angreifer. Sie haben da ganz schlimme Daten entdeckt. Sie wollen jetzt aus dem Netzwerk löschen. Sie sind aber jetzt mehrfach repliziert. Also wir haben hier den zuständigen Knoten und wir haben hier die Replikaknoten. Also, das ist so die Object ID, so war das gemeint. Genau, wenn Sie alle fünf oder sechs gleichzeitig auslöschen, das wird schon knifflig. Das können Sie ja noch einfacher machen. Wie würden Sie es denn machen, wenn der Replikations-Counter bei 1 wäre, also oder bei 0 ist, wo das nur der zuständige Knoten das verwalten würde? Wie könnten Sie das Objekt zum Löschen fahren lassen? Ah, Sie haben nicht so viel kriminelle Energie. Was können Sie denn machen? Wer darf denn das Objekt, oder wer hat denn Einfluss auf das Objekt? Auf die Speicherung des Objekts. Ja? Ja? Genau. Also was Sie machen können, ist, Sie platzieren sich mal hier und mal da und mal da und mal da und mal da und mal da. Und durch das Replikationsverfahren werden wir jetzt alle nicht mehr zuständig. Das Replika-Set ergibt nur noch Ihre IDs. Und wenn das alles Knoten von Ihnen sind, dann sind Sie der Einzige, der das Objekt noch speichert und dann können Sie es auch wegwerfen. Das kriegt ja keiner mit. Und es ist halt daher leichter anzugreifen. Aber zu den Sicherheitsaspekten kommen wir noch. Aber das ist so ein Nachteil. Okay. Was kann man noch machen? Also, wir haben jetzt, ja? Ja? Ja. 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 Und dann beginnen wir mal anders. Beginnen wir mal bei den kleinen Dateien. Ich weiß, unter 1 Megabyte. Die kann man natürlich speichern und die kann man mehrfach replizieren. Dann gibt es die Dateien, die vielleicht halbwegs groß sind, die aber man noch bereit ist zu speichern für andere. Ja. Das ist aber wirklich nur so eine Pima-Daumen-Regel. Dann würde man, also hier würde man Direct-Storage verwenden, dass man direkt beim zuständigen Knoten speichert. Hier würde man Indirect-Storage verwenden, dass man es zwar irgendwo im Netzwerk auf starken Knoten speichert, die sich bereit erklären, da aber auch replizieren kann und man nur den Pointer auf dieses Objekt beim zuständigen Knoten speichert. Und bei den ganz großen Dateien würde man selbst nur das Objekt anbieten und nur den Pointer zu sich selbst irgendwie im Netzwerk speichern. Aber dann wäre man auch selbst dazu verantwortlich, dass man online bleibt, wenn man es anbieten möchte. Das ist so eine Anwendungssache. Was können Sie dem Nutzer zumuten? Und da gibt es zu dem Thema BitTorrent und wie das da funktioniert und auch für das Video-Streaming, da kommen wir noch hin. Da funktioniert es aber, um es vorwegzunehmen, schon so, dass man das nicht im Netzwerk speichert, sondern selbst als Anbieter online bleiben muss. Und wenn man halt offline geht, dann gibt es halt keinen, der Datei hat. Genau, genau, das stimmt. Also da, das kommt, glaube ich, in zwei Vorlesungen. Das geht um die komplexeren Datenhaltungsverfahren. Genau, aber das ist sinnvoll. Genau. Okay, was kann man mit den Overlays, also jetzt brauchen wir erstmal nur die Overlays noch machen. Bei den Overlays kann man noch versuchen, multidimensional zu arbeiten. Das heißt, nicht nur einen ID-Intervall zu haben, sondern mehrere. Also man kann sich auch, in Chem hätten, haben wir das ja vorgestellt, man kann aber auch Chord mehrdimensional vorstellen. Stellen Sie sich vor, Ihre ID besteht nicht nur aus einer Zahl zwischen 0 und 260, sondern aus einem Vektor, der zehn Werte jeweils aus diesem Intervall 0 bis 260 einnimmt. Das heißt, dann hätten Sie einen multidimensionalen Raum und jeder Knoten wäre ein Punkt in diesem multidimensionalen Raum. Und das hat verschiedene Vorteile. Also man kann dann mehr realistische Szenarien dazu abbilden. Also wenn Sie einen zweidimensionalen Raum haben, kann man das gut verwenden für geografische Karten. Da kann man lokationsbasierte Datenhaltung zum Beispiel machen. Also das Objekt, wenn wir jetzt so eine Karte haben und wir meppen wieder diese Longitude und Latitude, also Längen und Breiten gerade, darauf ab, dann können wir ja, wenn es so eine Art Chord Pendant ist, einmal hinsichtlich einer Dimension hätten wir hier einen Ring und einmal hinsichtlich der Dimension. Da hätten wir auch die Möglichkeit mehrdimensional, also zweidimensionale Objekte irgendwo abzulegen oder sogar multidimensionale. Es gibt auch Ansätze, die wir trachten, wie könnte so ein multidimensionaler Raum aussehen, in dem vielleicht jede Dimension eine Kapazität darstellt, also Speicher, CPU, Speicher und so Sachen, sodass jeder Knoten einen Punkt darin darstellt. Und wenn ich jetzt nach Knoten mit gewissen Eigenschaften suche, muss ich nur den Knoten in der Nähe dieses Bereichs finden und schon habe ich einen, der diese Eigenschaften mitbrennt. Man kann es sich auch vorstellen für irgendwelche Metadaten, die man da rein kodiert, aber es ist schon deutlich mächtiger, als wenn man nur einen eindimensionalen Raum hat. Was ist der Nachteil? Der Nachteil ist, dass die Komplexität halt so ist wie bei CAN, dass wir zwar in einer Dimension O-Log-N-Schritte haben, aber um jetzt zu einem beliebigen Punkt in diesen multidimensionalen Räumen zu kommen, müssen wir diese O-Log-N-Schritte D-mal durchgehen. Und Replikation ist auch nicht, es wird recht komplex und kompliziert. Alternativ hatten wir auch dazu vorgestellt, kennengelernt, dass man mehrere Realitäten haben kann. Was ist eine Realität? Eine Realität ist ein paralleles Overlay. Also wir wollen zum Beispiel die Datenverfügbarkeit erhöhen, ohne das Overlay zu verändern. Also hier ist ja eine deutliche Veränderung des Overlays, indem man das Routing verändern muss, die IDs verändern muss. Bei den Realitäten verwendet man einfach mehrere Overlays parallel, wie bei Adaptive Chord letztlich. Hier ist es aber so, dass alle Overlays gleich sind. Also wir hatten dann fünf Core-Overlays oder fünf Kern-Overlays, die parallel betrieben werden, in denen die Object-IDs in allen Overlays dieselben sind. Also wenn ich jetzt zwei Kern-Netzwerke vorstelle, mir vorstellen, dass ein Objekt mit dieser ID hier auch in dieser Position, also mit derselben ID, aber die Peer-IDs sind unterschiedlich in den Overlays. Aha, also ein Knoten hier wäre vielleicht ein Knoten da. Was hat das für eine Bedeutung? Was hat das für einen Effekt? Das hat erstmal den Effekt, dass für dieses Objekt zwei unterschiedliche Knoten zuständig sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit oder so viele wie eben Realitäten da sind. Das heißt, wir haben schon mal eine Replikation hingekriegt. Und zweitens, wir haben noch ein verbessertes Routing, weil, sagen wir mal, dieser Knoten hier unten hat jetzt eine Suchanfrage bekommen zu dem Objekt. Dann muss er nicht in diesem Overlay weiter routen, sondern dadurch, dass er in dem anderen Overlay näher dran ist, routet er in dem Overlay weiter, in dem er näher dran ist. In jedem Overlay hat er eine neue Menge von Nachbarn. Und da kann er sich eben aussuchen, in welchem Overlay bin ich am nächsten dran, wo kann ich den besten Sprung machen. Und er kann eben in diesem anderen Overlay näher gehen. Und wenn er jetzt den Next Top ausgewählt hat, sagen wir mal, der Next Top ist hier. Jetzt ist das ein bisschen klein. Dann kann er dann eben entscheiden, jeder Knoten kann entscheiden, in welchem Overlay kommt er dem Ziel näher. Das Ziel ändert sich ja nicht. Und so hat man einmal die Ausfallsicherheit, eben weil es an mehreren Knoten repliziert ist. Und zweitens hat man noch ein verbessertes Routing. Weil man eben nicht nur in einem Overlay einen Sprung machen kann, sondern auch durch den Wechsel des Overlays kann man noch einen Sprung machen. Wenn man jetzt beide vergleicht, also beide führen dazu, dass Pfade kürzer werden. Man hat mehr Aufwand, also man hat mehr Routing-Tabellen, die man verwalten soll. Bei den Realitäten ist es ja eine Routing-Tabelle pro Realität. Und bei den Dimensionen hat man pro Dimension eine neue Routing-Tabelle. Mehr Aufwand dadurch, weil einfach mehr Nachrichten auszutauschen sind. Aber unterschiedliche Features. Also das eine, die unterschiedlichen Dimensionen unterstützen mehr Anwendungsfälle. Und die zusätzlichen Realitäten unterstützen mehr Reputationen. Das ist so die Lämpfassung. Okay, die anderen Aspekte, die schauen wir uns... Achso, wie gehen wir weiter vor? Nächsten Mittwoch wäre ja eine Übung normalerweise. Da würde ich gerne mal eine Vorlesung machen, am Donnerstag auch. Und dann in zwei Wochen an dem Mittwoch würden wir die Übungsaufgabe, also diese Praktikumsprojektaufgabe besprechen. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben zu dem Simulator, zum Aufsetzen, zum Auswerten, schicken Sie uns ruhig eine Nachricht, damit das auch gut klappt. Das ist schon eine gute Erfahrung, die Sie dann damit machen. Ansonsten danke Ihnen heute und wir sehen uns dann nächste Woche am Mittwoch. Auf Wiedersehen.